Der Klimaschutztag ermöglicht ganz viele unterschiedliche Perspektiven und Eindrücke. Ich kann die Wirtschaft anschauen, ich kann verschiedene Branchen mitnehmen. Wir haben die Wissenschaft hier, wir haben die Politik auf der anderen Seite. Ich kann aber auch mal die Perspektive von unterschiedlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einnehmen und dann schauen, okay, wie betrachten die eigentlich das Thema Klimaschutz? Und wie betrachten die es mit ihnen gemeinsam? Die Besucher erwartet ein buntes Programm, ein inspirierendes Programm, wo Klimaschutzunternehmen zeigen, an welchen Stellen sie vorangehen, was sie machen. Nachmachen ist ausdrücklich erwünscht, das ist auch ganz klar der Ansatz. Es geht um Wissenstransfer, um das Netzwerken, um die Best Practices.